Wir haben Sie ja bereits über die Funktionen der MirrorCam im Fahrbetrieb informiert. Allerdings ist die MirrorCam auch während der Standzeiten sehr hilfreich. Stellen wir uns einmal folgendes vor. Sie haben Ihren LKW abgestellt, die Vorhänge zugezogen und sind fast eingeschlafen, als Sie plötzlich ein Geräusch hören. In der Kabine sind Sie sicher, aber Sie wollen auch überprüfen, wo das Geräusch herkommt. Hier ist MirrorCam der perfekte Helfer. Aktivieren Sie die MirrorCam über den Schalter neben Ihrem Bett. Die Funktion bleibt für zwei Minuten eingeschaltet und ermöglicht Ihnen auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine gute Sicht. Wir befinden uns hier in eine Lagerhalle, die wir bewusst verdunkelt haben, um Ihnen zu verdeutlichen, wie klar die MirrorCam die Umgebung darstellt. Damit können Sie einfach in der sicheren Umgebung Ihrer Kabine bleiben und sehen trotzdem, was draußen passiert. Während des Fahrbetriebs passt sich die MirrorCam automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse an. Sie können diese automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse aber auch ausschalten. Wählen Sie Bedienung aus, dann Anzeige und Bedienung. Gehen Sie Menü nach unten auf Bildschirmhelligkeit, dann auf MirrorCam Fahrer und verschieben Sie die Markierung auf dem Balken, um MirrorCam heller oder dunkler einzustellen. Mercedes Benz. Trucks you can trust.